So, hallo Leute Der Doc fliegt dich im Handumdrehen zusammen und dann werden wir eine heben Nein, wirklich Sei lieber still, dann spaß du deine Kräfte Hab ich mal in einem Film gehört Ja? Was ist mit dem meine Film passiert? Abgekratzt Wir müssen Henry jetzt schnell irgendwo zum Arzt hinbringen Geh mal Gas hier Oh nee, jetzt haben wir noch die Polizei gemacht Alles klar Alter Joe wurde schon getroffen Und ich auch Hä? Der ist ja Schiss durch Joe und meinen Kopf durch Nein! Nein! Schieb uns nicht an du komische Tiff Alter Alter Mit dieser Rutsche Scheiß ich bin tot Ich bin sofort tot Bis jetzt schon kommt Ja Ja Aber ich regenerier mich Wir haben noch eine gute Chance So jetzt aber Ich darf jetzt Nein, 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 nein Du rammst mich jetzt nicht kurz Das ist sowas von rutschig ne Da darf man nicht so scharf schlägen Das dreht sich ja direkt hier um 180 Grad Komm schon Geht die Karre nicht schneller Wir müssen die Bullen abschütteln Ich frage mich nicht Wir haben sie schon abgeschüttelt Das ist aber nicht schnell Wir haben sie schon abgeschüttelt Moment Scheiße Alter Ich muss in dem Spiel auf jeden Fall mehr Auf die Straße ach Irgendwie vergesse ich hier die ganze Zeit Die Minimap zu bachten Aber Naja Er hat zu Fuß noch schneller abgeschüttelt Also wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Wer zudem wir Henry bringen? Herr Draco? Ein Arzt Gib ihm ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen Ohne erlässliche Fragen Ja Zu den Kerl geht man wenn man nicht ins Krankenhaus kann Du Genie Darum sollte man nicht ins Krankenhaus können Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst Rufen die doch sofort die Bullen Ja Und der Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen Veto Bei dir verhalt ist immer sehr schnell Muss an deiner Ernährung liegen Wir brauchen ihn nicht Nicht einschlafen Halt durch Ja Halt durch Au Oh Weg Alter Alter wie dumm ist der Typ bitte Ich renn's mir da immer direkt von Motorhuter Also jetzt mal fahr ich die Chinnen Nein Alter Wie rutschig ist es? Es ist einfach nur abnormal ja es klappt mal wieder richtig richtig gut hier wie man schon sieht so jetzt hier aber die kurze so nördlich also ich hasse es das ist noch mal machen so da ja so fangen wir nach drei minuten dreißig fern noch mal neu an ja so hoffentlich hat mich die polizei nicht gleich und wir rutschen jetzt hoffentlich hier auch nicht so die ecke wies und bescheiden so lieber schon mal viel besser die das polizei ist wollte ich nicht wenn wir noch das auto wechselt nein 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 die zeit nein die karte nicht schneller wir müssen abschütteln ich war so schnell ich kann verdammt es ist aber nicht schnell genug mach dich locker mann ich habe ein mordsloch im wein und du sagst ich soll mich locker machen hallo geht es nicht jubel ich gehe es hier rüber will die straßen für mich nicht ich bin mal verraten also wer ist der typ eigentlich ich der typ nein polizei bleib weg wie schnell die polizei einfach nur ist schau dir mal das an ich bin ein paar kröten und er fliegt dich zusammen warum haben wir ja nicht so eine Schottkarre hier warum kann man wenn man nicht ins Krankenhaus kann du Genie warum sollten wir nicht ins Krankenhaus können wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst rufen die doch sofort die Bullen ja und der Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche du wirst ihn aber wohl nicht brauchen Geto bei dir verhaltet es immer sehr schnell ja bei mir falls so schnell an meiner Ernährung ja genau an meiner Ernährung ach nein nein scheiße ich bin fast schon wenn jetzt die polizei ankommen und auf mich schießt dann bin ich so kubi tot Frage ist natürlich auch wenn ich in zukunft meine Mission mal wieder nicht schaffen die neu machen muss soll ich die dann also den zeiten versucht dann wegschneiden oder und wieder da weitermachen wo es gescheitert ist oder soll ich alles aufnehmen was er jeden jeden einzelnen versuch von jeder einzelne mit Alter du bist so ein bald ein super designer schiebt einen da rum wieso danke mein mann wir sind es ja auch ganz sozial und schieb einen irgendwie an ah YouTube Germany das sind TeamSpeaks aber online so gut Alter ja na ich will jetzt umdrehen nein polizei nein alter ja ich halte die frage ob ich jetzt alles in Zukunft alles aufnehmen soll oder ob ich die zweite den weiteren versuch dann immer wegschneiden soll und da weitermachen wo ich das letzte mal war so das ist so in dem Fall würde ich jetzt hier weitermachen an der Stelle zum Beispiel ich hätte den zweiten versuch nicht wieder komplett aufgenommen ja falls die Stelle hier gerade irgendjemand anschaut und jemand das interessiert oder halt jemand das ändern will dann kann es in die Kommentare schreiben und sagen sie es wegschneiden soll oder halt eben nicht das ist das Haus pack direkt davor da direkt davor packen ist so ja 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 gut gut du hast genug Geld um die Schulden deines Vaters zu kriegen besuche deine Schwester mit der Schrottkarre hier ja ja fahr mal noch kurz mehr da runter oder moment ne die sind noch ja raus 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 hier raus hier raus hier ich will jetzt nicht wieder gesucht werden wir laufen kurz da runter zu dem Parkplatz kommt ja fast niemand im zell vorbei oder sowas aber wir sehen wir schon mal hier diese schönen wälder in dieser welt hier muss ich sagen irgendwie fand ich die ja ich finde ich hoffe dass ihnen das ist ein gta 5 wieder schön so ähnlich wie in san andreas so schöne große wälder gibt auch ist noch nicht alter ist noch größere wird es ja bestimmt geben und vielleicht noch tiere und so das heißt ja irgendwie es wird das rockstar games spiel mit der größten map sein also größer als die das andere rockstar games spiel also auch größer ist also größer ist auch größer als weiter zu erinnern also wird schon ziemlich genial muss ich mal schauen vielleicht mache ich davon irgendwie man jetzt welche sie sind davon das beste auto noch eins irgendwo nein nehmen wir einfach mal das hier sieht so ein bisschen komisch aus verdammt habe ich mir dachte das wäre jetzt eine polizei die jetzt ankommt hier so sehr teuer sehr serie 69 so wo müssen wir hin ja genau zu meiner schwester also ja hier und so schöne latanen hier steht da eigentlich ja irgendwas mit alone so geht das hier also polizei ich bin der tipp den du gerade vorher noch nicht verfolgt hast nicht dran das ist eigentlich der tipp in mich rein gefahren jetzt kannst du nicht zu zählen meine bühne anzeichen diese 50 bestes sein das ist das ist gut angelegt ich will deine visage nicht mehr sehen ein riesen sie doch ein tausend oder sagen naja komm eine güte es war doch wohl eindeutig dass der andere mich rein gefahren ist und der bekommt keine strafe oder wie ja typisch typisch das sind wir ja schon fast da soo ach ah ah soo ach soo ich hoffe davon er geht es rein ja ja erst mal hupen ah ja mit E hupen aber das den wir hupen haben bei den hupen er ist mit E Hallo ihr woher kommen die denn bitte her äh ein Dach oder so weil aus dem haus werden sie ja schlicht kommt also ja bisschen abstrakt hier rein? Nein hier rein hier rein Vito hey wie gehts dir? Nein nein ich bringe euch nur das Geld um Papas Schulden zu zahlen Oh Vito das ist toll ich wollte sehen ob ich es nicht in Raten abstottern kann ein bisschen was habe ich schon zusammen er würde uns doch nichts tun Da wäre ich nicht sicher aber das spielt jetzt keine Rolle mehr Wo hast du das viele Geld her Vito? Du hast doch nichts getan was dir leid tun müsste Hey keine Sorge alles bestens Danke Vito Schon okay Ich hau wieder ab ich will nicht dass Mama mich sieht Sie wird auch fragen woher das Geld ist Keine Angst ich lass mir was einfallen Okay Gib ihr einen Kuss von mir Mach ich Pass auf dich auf Vito So So Geh nach hause Äh Da geht's los Ja Ach 2000 sind Was im Moment waren es zwei riesen die wir zahlen müssen aber es ja ich glaube zwei riesen Seid auf überall ist diese frauen ja Naja Sehen irgendwie alle gleich aus Wollte schon sagen ein bisschen komisch gemacht so eine so eine teilweise Hauptperson die öfters vorkommen auch unsere cut sehen sie so Das die halt auch in tausende ausführungen von straßen rumläufen Das finde ich ein bisschen komisch aber Ja Wenn wir in dem über das einmal irgendwo rumlaufen zu sehen und dann auch irgendwie so hallo zu sagen oder so wer es einen ja kennt dann wäre es ja nicht so schlimm aber wenn wir dann 10.000 ausführungen rumläufen von einer noch nicht kennenden wird mit da und an macht so so Aber hier hier laufen sie auch schon wieder zu zweitraum ich hab jetzt ein weiß gleich das sind wir zumindest vom Gesicht her So Dann gehen wir erstmal wieder hoch Und dann würde ich auch gleich schon wieder mal sagen dass ich jetzt hier erstmal wieder einen Schnitt mache und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Lange wir uns anschauen Ähm Tschüss auch gleich und dann können wir uns auf dem den 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 den